Die Organisatoren beim Luftsportverein Heijingen sind gerüstet. Auf ihrem Segelfluggelände im Ammental kann es ab nächster Woche rund gehen. Denn dann findet dort die mittlerweile 24. Deutsche Meisterschaft im Segelkunstflug statt. In zwei Klassen wird die Elite des deutschen Segelkunstflugs gegeneinander antreten. Denn eines möchte wohl jeder Teilnehmer, sich in den sechs Durchgängen den Titel Deutscher Meister und einen Platz in der Nationalmannschaft sichern. Bevor die Flieger am 7. Juli zum Wettkampf abheben, wird ab dem 4. Juli schon fleißig trainiert.